Musik 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 Die Bahnhof Mautern ist ja wahnsinnig, ja. Frau Mautern und Florian Lohmann, ich habe den Böschungsrand Bahnhof Mautern im Gleisbereich. Also Sie müssen den Anweisungen der ÖPP folgen, weil die Oberleitung noch unterkommen ist. Die Bahnhof Mautern und Florian Lohmann, der Böschungsrand Bahnhof Mautern, am Gleisbereich und zwar über den Anweisungen der ÖPP folgen, weil die Oberleitung noch unterkommen ist. Insofern ist es noch keine Weisschaltung abholen. Schaut mal da rechts um, wie hebe ich, dass nichts kommt. Die Bahnhof Mautern, der Schacht, kommen Sie. So, wir haben Ihre Mäsche. Einfluss, der St. Wäsche von Erdl, ist der 1, der Wäsche entkommen. Wie einfluss, der St. Wäsche entkommen. Erdl, ist der 1, vor den kleinen Dundel ein und der Grunde entkommen. Das ist ein super Schaden, ey. Oder rechts. Oder rechts, gebe ich was, oder? Das ist jetzt nicht die trübere Spur, gell? Ja, gewollt. Einfluss, der Bichl ist und der Steiermark kommt. Ich bin der Steiermark, die Information aufgrund der Langemessung von der... Ich bin der Steiermark. Vielen Dank.